In diesem Video möchte ich gerne den neuen VfR Sprechfunksimulator der deutschen Flugsicherung vorstellen. Insgesamt beinhaltet der Simulator 17 verschiedene deutsche Flughäfen, an denen An- und Abflüge simuliert werden können. Zusätzlich ist Kartenmaterial noch vorhanden und das Ganze ist natürlich ausgelegt auf die Vorbereitung zum beschränktgütigen Sprechfunkzeugnis, aber auch für Flieger, die einige Zeit lang nicht mehr gefunkt haben und so ein bisschen aus der Routine raus sind, um das Ganze noch mal zu wiederholen. 89 Euro kostet das Ganze zu kaufen im DFS Aviation Shop, aber zuerst einmal schauen wir uns das Ganze an. Zuallererst unter den Einstellungen haben wir hier Luftfahrzeug und Kennzeichen, das wir eingeben können. Ich habe jetzt mal hier Delta Eco Bravo Sulu Foxtrot eingegeben und als Flugzeugtyp eine Cessna ausgewählt. Wenn wir das Ganze gemacht haben, können wir eine Simulation auch schon starten. Dazu gehen wir hier auf Simulator starten und es öffnet sich dieses Fenster, wo wir hier links unsere Flughäfen haben. Da dies nur eine Demo-Version ist, habe ich hier drei Flughäfen drin. Mannheim mit einem einfachen Schwierigkeitsgrad, München mit einem schwierigen Schwierigkeitsgrad. Zusätzlich können wir hier unten auswählen, ob wir an- oder abfliegen wollen und eine weitere Schwierigkeitsstufe einstellen, die mit Level 1 beginnt. Kein weiterer Verkehr, keine Transponderanweisung, keine Wetterangaben. Also wirklich um Grundlagen erst mal kennenzulernen oder eben Level 4, wo das Ganze ein bisschen auf die BZF-Prüfung ausgelegt ist. So, starten wir einfach mal in Stuttgart und schon öffnet sich dieses Simulationsfenster. Hier oben links haben wir einmal allgemeine Informationen zu unserem Flugzeugtyp, zum Kennzeichen, an welchem Flughafen wir uns befinden, rechts daneben alle Frequenzen, die uns zur Verfügung stehen, die wir dann hier eingeben können. Wir sehen schon die Frequenz 118,60 ist gerastert, Stuttgart-Rollkontrolle. Die nächste Frequenz ist hier neben, 119,050 Stuttgart-Turm. Darunter unser Transponder, wo wir auch hier einen Squawk einstellen können. Wir haben eine Iden-Funktion. Und was ich vorher noch in Einstellungen eingestellt habe, ist hier unsere Spracheingabe. Die wird hier nochmal in Textform dargestellt zur Präsentation hier, damit wir genau schauen, was der Simulator an den Ansagen versteht. Ganz unten führen wir noch ein Hilfefenster, wo wir hier einige Informationen haben, wie wir vorgehen sollen. Anfragemöglichkeiten und auch hier Positionsmeldungen. Und wenn man mal gar nicht weiterkommt, im letzten Reiter sagen Sie jetzt, bekommen wir hier voreingestellt, was der Simulator als nächstes von uns erwartet, beziehungsweise was in der Phrasologie der nächste Schritt wäre. Rechts haben wir dann eine große Karte von unserem Flugplatz, in der wir ein bisschen reinzoomen können, mit der wir arbeiten können, um wirklich zu schauen, wo stehen wir und wo wollen wir hin. Hier runter können wir noch zu weiteren Karten navigieren, die natürlich alle im Zusammenhang mit Stuttgart stehen. Erst einmal zurück und ich mache das mal kurz weg. Stuttgart Rollkontrolle, Delta Echo, Bravo, Sulu, Foxtrot. Delta Echo, Bravo, Sulu, Foxtrot. Stuttgart Rollkontrolle. Delta Echo, Bravo, Sulu, Foxtrot. Cessna 172. VFR nach Berlin. Über Echo. Er bitte rollen. Delta, Sulu, Foxtrot. Wie lautet Ihre Position? Hier sehen wir gleich, dass ich die aktuelle Position weggelassen habe und der Sprechfunksimulator das aber erkennt und uns eben auffordert, das anzugeben. Delta Echo, Bravo, Sulu, Foxtrot. Vorfeld, allgemeine Luftfahrt. Delta, Sulu, Foxtrot. Rollen Sie zum Rollhalt. Golfpiste 07 über November und Golf QNH 1003. SQUO 1651. Das Ganze hört sich natürlich etwas abgehackt an. Jetzt hätten wir mitschreiben müssen. Da ich das nicht gemacht habe, können wir jetzt hier einmal kurz für die Präsentation reinschauen, was er uns gesagt hat, bzw. was wir einstellen sollen. Den Squawk auf 1651. 1, 6, 5, 1. Und ich lese das Ganze mal zurück. Delta, Sulu, Foxtrot. Rollen Sie zum Rollhalt Golf. Piste 07 über November und Golf QNH 1003. SQUO 1651. Delta, Sulu, Foxtrot. Wenn abflugbereit, rufen Sie Stuttgart-Turm auf 1, 1, 9, 0, 5, 0. Delta, Sulu, Foxtrot. Wenn abflugbereit, rufen Sie Stuttgart-Turm auf 1, 1, 9, 0, 5, 0. Und wir bekommen die Anweisung, dass wir auf die neue Frequenz umschalten sollen, was wir über diesen Button hier machen können. So viel erst einmal zum deutschen Abflug. Jetzt machen wir einfach mal einen Anflug auf Englisch. Dazu beende ich die Simulation. Starte sie nochmal neu. Wir stellen uns jetzt also vor, dass wir ungefähr 10 Meilen nördlich von ECO sind. Die Frequenz ist hier schon eingegeben. Stuttgart-Tower, Delta, ECO, Bravo, Sulu, Foxtrot. Delta, ECO, Bravo, Sulu, Foxtrot, Stuttgart-Tower. Delta, ECO, Bravo, Sulu, Foxtrot, Cessna 172, 1, 0 miles north of ECO, 2,000 feet. Wir fahren von Mannheim, Information Golf for landing. Delta, Sulu, Foxtrot, Information Golf. Und auch hier hat er unsere Eingabe erkannt und uns gleich unsere nächste Anweisung gegeben. So können wir das Ganze natürlich jetzt weiter fortführen. Ich spreche die Präsentation hier einfach mal ab und fasse das Ganze noch einmal zusammen. Wenn man also im Vorfeld in den Systemeinstellungen sein Headset bzw. die Spracherkennung etwas einstellt und einige Zeit damit trainiert, erkennt das System wirklich sehr gut die einzelnen Phrasen und reagiert auch sehr zielgerichtet darauf. Sicherlich gibt es noch einige Schwachstellen, vor allem in der Prüfungsvorbereitung für das beschränkt gültige Sprechfunkzeugnis. Jedoch zum Wiederauffrischen und auch so vielleicht mit einem Trainer ein bisschen dabei zu üben, ist das Programm schon jetzt ideal geeignet. Und wenn natürlich in Zukunft weitere Aktualisierungen und Verbesserungen herausgebracht werden, wird der VFR Sprechfunk-Simulator das ideale Vorbereitungsprogramm für das Sprechfunkzeugnis werden. Ich hoffe Ihnen hat das Video ein bisschen gefallen und freue mich natürlich jederzeit über Kommentare oder sonstige Hinweise.